Und damit herzlich willkommen zu Föhnüsse, der Podcast mit Dirk und Klaus. Hallo mein kleiner Ager. Wie geht es dir körperlich? Mir geht es körperlich gut. Naja, ich habe noch ein bisschen Muskelkater, aber das ist ganz cool. Deine Knie sehen wenig geschunden aus. Ja, lustigerweise. Ich habe doch irgendwie letztens gesagt, ich dachte, das wäre ein Blatt oder sowas. Aber das ist letztens nach dem X-Letics-Lauf. Und das war halt irgendwie so eine angesiffte Wunde, wo sich hier richtig Dreck angesammelt und getrocknet hat. Und ich dachte, das wäre Schorf. Und dann gestern habe ich da halt nochmal mit Wundspray rauf. Bis ich merke, da lief dann halt so ein kleiner Rinnsal Dreck raus. Und da habe ich es mal abgetupft. Und ich gemerkt, okay, und da habe ich gestern erst die ganze Wunde gesäubert. Und die war schon richtig, ja, ein bisschen doof, glaube ich, wenn man das so mit Dreck covert und denkt so, ja, das wird schon wieder. Und bei dir? Ja, ich habe sogar rausgefunden, wo ich meine, ich hatte ja so einen kleinen Cut über dem Fuß. Ah, und da hast du ein Video gesehen, wo du es gemacht hast. Genau, bei dem Schlittenschieben. Beim Schieben des Gewichtsschlittens an der Bahn. Achso, okay. Also du bist ja breitbeinig gelaufen, ne? Genau. Hast du die anderen eigentlich nicht gefilmt, oder? Weil da sah man nur, wie du es geschoben hast und war Cut. Und dann die nächste... Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, da war ich schon so besorgt. Ich mache mir immer große Sorgen, dass der Akku durchhält, weil die Anzeige von der GoPro ist halt immer nur... Also den vollen Ladestand hat es ungefähr zwei Sekunden lang. Okay. Und dann hat sie zwei und dann ein und bei den letzten Hindernissen ist die Batterie schon immer leer. Heißt ja nichts. Aber man weiß es halt nicht. Ja, genau. Das ist also, ne? Die kann halt noch, weiß ich nicht, 20 Minuten so aufzeichnen, aber ich weiß es halt nicht. Und ich will immer ganz gerne alle Hindernisse drauf haben. Schön fand ich im Schlamm-Moorloch. Drück mich runter. Bist du wahnsinnig? Drück mich runter. Ich habe zu viel Auftrieb. Aber das war echt, das war eine Erfahrung. Habe ich halt noch nie gemacht, dass du, das fühlt sich halt anders an. Du hast halt keinen, du hörst nichts mehr wie im Wasser, sondern es riecht und Ton weg. Und da ist richtig Druck auf dem Gesicht und all das ist, ja, das ist ein bisschen spooky, habe ich so gedacht. Also für alle, die da draußen mal im Moor erstickt sind. Ich wollte gerade sagen, es ist halt nicht so eine schöne Vorstellung, ehrlich gesagt. Nee, überhaupt nicht. Also, ja, nee, nee, ansonsten, ich fühle mich recht fit. Rücken halt noch so ein bisschen, also so unterer Rücken, das, was man im Laufen halt so anstrengt, so so ein bisschen. Ja, komischerweise war bei mir viel Schulter und Brust, aber ich dachte, wovon? Ich habe dich jetzt hier nicht irgendwie weggebrückt. Aber das Laufen, das summiert sich halt auch in den Augen. Ja, scheiße. Also das ist... Und als allererstes waren halt einfach die Hüftstrecker. Also die, also Samstagabend die Treppen hoch, echt wie ein vollgeschissener Cowboy. So versuchen, nichts einzuknicken, nichts und dann immer merkst du ja, ein bisschen Muster, aber... Ich hatte ja, ich hatte bei denen, hast du auch zwei Burger bestellt? Ja, zwei Burger und dann kamen halt Pommes dazu und ich meinte zu meinem Pfarrer Alexandru, hier, ich habe was zu viel. Ja. Und er hat gesagt, nee, du hast so lange gewartet. Ja. Schöne Grüße. Ja, gut. Ich habe beim zweiten Burger einen Fehler gemacht, ich habe so einen Käseburger bestellt. Was ist der Fehler da? Ich habe zuerst den mit Fleisch gegessen, der wirklich schön saftig ist. Achso, das war so ein reiner Käseburger. Ja, und dann nicht Hanoumi, sondern der andere Lolo. Das ist so ein bisschen wie Feta-Käse. Yolo, man. Und dann beißt du halt schon in diesen trockenen, seifigen Käse rein. Achso, okay, nee. Ich hatte Bacon und Avocado. Ja, ich hätte auch einfach entweder zwei Fleisch. Tausend Liter auf ein Kilo. Ja, irgendwas anderes. Naja, 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 aber es war ganz gut. War die zwei Burger nach dem Lauf. Und warst du heute klettern? Noch nicht. Nee, ich mache heute ein bisschen was entspannt hier und dann gucken, ob ich morgen mit der Gruppe gehe. Ich schwing den Johnny. Ja, aber... Guter Punkt, meine Frage. Nein, apropos, es geht ein bisschen um Sport. Du kennst ja meine Theorie von den Olympischen Spielen, oder? Das war ja schon mehrfach vorgetragen. Dass die Olympischen Spiele eigentlich langweilig sind und das wäre viel lustiger, wenn du random Leute aus der Bevölkerung ziehen würdest. Nein, die kannte ich nur nicht. Und sie dazu zwingen, die Sportarten zu machen, für die sie gezogen wurden. Okay, so ein bisschen wie beim Einzug im Militär, dass du keine Wahl hast. Du musst zum Militär oder zum Zivi. Ja. Oder du kannst ja halt voll verweigern und dann die Folge ziehen. Das gibt es nicht bei meinen Olympischen Spielen. Da würdest du nicht ins Gefängnis kommen, sondern... Da gleich Kopf ab, Hoden ab. Wenn du keinen Hoden hast oder werden nur Männer in den Olympischen Spielen... Nein, nein, dann werden dir Hoden angenäht, um sie nachher wieder zu nehmen. Gut. Hoffentlich bis dahin auch die Nervenbahn funktionieren. Ja, ja, ja. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Genau, und ich habe auch ein bisschen getrieben davon, der Exletics ist so eine bunte Mischung aus allen möglichen Sportarten. Ja, also eine Menge. Ja, aber es ist viel dabei, so ein mutter Mix. Bei welchen Sportarten würden wir denn, bei den Olympischen Sportarten, vielleicht gar nicht so schlecht abschneiden? Und wo würden wir sterben an der Startlinie? Sterben würde ich ja sagen zu 95 Prozent. Wir reden nicht von den Winterspielen, also bei den Winterspielen wären wir tot. Zu 100 Prozent. Wenn wir uns in so einen Bob setzen... Ich muss erst mal klären, Olympische Spiele sind jetzt nicht reine Leichtathletik-Games. Nein, genau. Da ist halt auch sowas wie Judo dabei. Judo, Karate, Taekwondo. Ah, okay. Ja, aber das sind alles Sachen, die halt... Du bekommst eine Einweisung. Denk daran, du kämpfst nicht gegen Profis. Hä? Achso, ich kämpfe aus dem Volk. Ja, dann würde ich mir mal irgendwie so die ganzen Kampfsportarten... ...die ich halt auch mal trainiert habe, so ein bisschen... Du kannst dir... Du bist da einen Tag vorher da, ne? Du kannst dir noch so ein bisschen auf YouTube angucken, wie es geht. Aber so Leichtathletik ist auch dabei, sowas wie Kugelstoßen und sowas. Weil Kugelstoßen habe ich damals ganz gut hingekriegt und Sperrwerfen. Kugelstoßen war ich auch nicht schlecht. Sperrwerfen haben wir nur einmal gemacht, da war ich nicht besonders gut drin. Und Stabhochsprung habe ich... Ne, Stabhochsprung ist das mit dem Stabhochsprung, ne? Ne, nur Hochsprung. Hochsprung ist das, was du mit dem Rücken rüber rennst. Hochsprung ist das mit dem Fosbury Flop, genau. Mit dem Fosbury Flop? Der Fosbury Flop. Okay. So heißt die Technik... Weil der Typ heißt Pete Fosbury. Ich weiß nicht, ob er Pete heißt, aber heißt Fosbury mit Nachnamen, der das quasi, ich sage mal in Anführungszeichen, erfunden hat. Ne, der hat doch dann plötzlich irgendwie einfach fünf Zentimeter mehr rausgerissen und dachte, alle... Davor sind alle mit so einem Scherenschritt rübergesprungen, wie beim Hürdenlauf. Ach, geil. Und alle haben ihn angeschaut. Wieso macht denn keiner einen Hechtsprung? Und alle haben ihn angeschaut. Das ist bescheuert. Ja. Mit dem Rücken spring rüber wie ein Mann, du Affe. Ach ja, und dann springt er plötzlich wie so ein... Nee, wie eine Giraffe, die einfach... Also die hatte ich irgendwann, weil ich halt so ein übelstes Hohlkreuz habe, habe ich das zeitweise auch mal ganz gut hingekriegt. Aber ich weiß halt nicht, was gut ist für halt irgendwie so eine Dorfschule. Und wenn man im oberen Mittelfeld, in der Dorfschule, da halt irgendwo reißt und sagt, Mann, ist ganz gut. Ja, aber wenn man das jetzt noch wieder hinkriegen würde... Ja, also auf jeden Fall würde ich... Ja, so Kampfdinger, da muss man sich, glaube ich, irgendwie trainieren. Jetzt mal sagen, okay, es geht ja wirklich um Punkte. Ganz viele Sachen, die jetzt effektiv werden, sind da verboten. So kein Tritt ins Kniegelenk oder so. Sondern es gibt ja, glaube ich, irgendwie Körper- und Gesichtstreffer oder sowas. Weiß ich jetzt nicht beim Karate oder Taekwondo. Beim Taekwondo hast du Punktfesten an. Also da tragen die Kämpfer Westen, wo Punkte markiert sind. Ja, die kenne ich ja auch aus dem Training. Okay, aber der Kopf gibt da auch Punkte, oder nicht? Ja, aber die tragen auch einen Helm. Also Helm, in Anführungszeichen, dieses Schaumstoff-Ding, was sie auch beim Boxen, beim Training oder beim Spreng treibt. Aber auch wenn dir jemand gekonnt einen Roundhouse-Kick gegen den Kopf gibt, dann ist nicht mehr viel mit Durchatmen. Also ich glaube, dann ist halt echt mehr Sense. Ja, aber bei sowas dann, weil wenn du sagst, man tritt gegen, das heißt natürlich, man tritt eventuell dann halt auch gegen Hobbysportler an, die das auch schon mal. Das ist natürlich die Sache, ne? Aber grundlegend würde ich bei sowas, ich glaube, dir würde ich bei ganz viel Laufsachen, obwohl du jetzt ja schon länger nicht mehr gelaufen bist. Weiß ich ja nicht. Das ist ja die Sache, stell dir vor, die geben uns aus dem Stand den Marathon. Ja gut, das würde ich ja niemals schaffen. Ja, aber du musst. Aber du hast, du hast, du hast, naja, ich meine, klar. Du kannst ja gehen. Ja, aber ich meine so, dass es interessante Zeiten werden. Aber du hast doch schon Marathon gemacht, oder nicht? Ja. Einmal oder mehrfach? Einmal. Einmal reicht auch echt. Gibt es auch so was wie Halbmarathon oder 10-Kilometer-Lauf oder so? Nicht olympisch. Es gibt auch Gehen, oder? Uh, Gehen, ja. Da würde du eine richtig elegante Figur machen. 100 Kilometer oder sowas, ne? Ich glaube, es ist auch länger. Ich glaube, es ist auch ein Marathon. Ach so. Ja, da musst du ja erstmal diese Technik hinkriegen. Und ich meine, da müssen die Hüftstrecker, glaube ich, richtig gedehnt sein, dass du da die Hüfte so tänzerisch rausdrehen kannst. Weil es muss ja eher mal ein Fuß auf dem Boden sein, sonst ist ja kein Laufen mehr. Das ist eh so geil, dass man sagt, von denen niemand läuft so. Ja, aber die Regeln, wir sagen, deswegen ist es... Ja, Gewichtheben gibt es auch, ne? Ja. Gut, habe ich noch nie gemacht. Heben, stoßen und reißen. Heben. Oder wie ist denn das? Heben ist jetzt einfach nur so ein Deadlift, ne? Ich glaube ja. Also Kreuzheben ist heben, ne? Genau, also es müssen... Stoßen ist, das heißt, du legst es erst auf die Brust irgendwie im Stand und dann hebst es nochmal an, ne? Ich glaube, dass es stoßen, ich verdrehe stoßen und reißen immer, ja. Aber eins ist es auf die Brust und anheben, das andere ist, du ziehst es im Schwung hoch und positionierst dich unter der Hantel. Ah, ja. Mit langen Armen unter der Hantel. Okay, das finde ich total gruselig. Das muss der Reißen sein. Ich glaube, diesen Spreizschritt dann machen und dann zittern, dastehen und dann nach vorne im besten Fall, manchmal auch noch hinten und im dümmsten Fall senkrecht runter. In dem Nike-Trainingsprogramm in meiner App ist das mit leichten Gewichten und Kurzhantel drin. Das ist auch schon so ein Gefühl. Reißen mit Kurzhantel? Also, dass man gar nichts mehr aus dem Muskel macht, sondern aus dem Schwung macht? Genau, du reißt die einfach hoch und dann da ist halt eher die Sache, die bewusst hochzureißen und dich bewusst drunter zu positionieren, weil du halt an jedem Punkt halten könntest. Aber du, also ich meine, das kostet natürlich auch Kraft, dich so im Halbsquat unter dem Gewicht zu positionieren, wenn du auf Wiederholungen gehst. Okay, es gibt bestimmt so ganz viele Dinger, ganz viele Sportarten, die ich gar nicht, ich wollte gerade sagen. Was ist denn beim Stabhochsprung? So, habe ich noch nie gemacht. Hast du schon mal gemacht? Meinst du, wir würden das hin? Ich hätte ja tierische Angst, einfach nach hinten zu stürzen mit dem scheiß Stab. Naja, halt erstmal dieser Physikvertrauen, dass das Ding sich fast um 90 Grad biegt, so an der schlimmsten Stelle. Ich glaube, alleine die Position treffen, wo der Stab hin muss. In diese Nut da reinpimmeln. Und dann ist der Typ, der springt, springt ja schon so ab, dass er das Ding beim Sprung schon fast so stark biegt, als wie eine Klimmzugstange. Also, dass er sich senkrecht hochziehen kann und die Füße sind so waagerecht. Es sieht ja nicht so aus wie von wegen, er rennt gerade und dann dreht er sich raus. Und er springt ja schon mit den Füßen nach vorne, zieht sich an und dabei dreht er sich, dass die Füße hochgehen. Und dann muss er ja noch oben dann sich so, ich glaube, also ich wäre ja froh, wenn ich überhaupt so eine Sekunde auf diesem Stab stehen könnte. Also das Ding irgendwie so. Ich sage mal, die sind kulant und haben überall Matten ausgelegt um uns herum. Also ich wäre auf jeden Fall bereit, halt irgendwie so ein bisschen Action zu machen. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich, glaube ich, aus Furcht dann langsamer wäre, sondern ich wäre schon so, ja, ich habe Bock drauf, generell erstmal diesen langen Stab zu laufen. Und dann siehst du ja auch, wie die laufen und das dann ganz langsam nachgeben und das Ding, also die Spitze so ganz langsam nicht ansinkt, bis sie dann komplett pumpt. Und die reißen das ja nicht plötzlich runter, sondern die laufen, und dann geht es ja so langsam runter. Das erstmal hinzukriegen, dass man mit dem Ding läuft und konzentriert auf den Punkt vor dir gerade. Also wahrscheinlich würde ich das schräg halten und dann irgendwo bei zwei Linienrichtern pumpt und dann kann ich erst im Absprung kommen. Limbo unten durchtrasen. Ja, Dirk, sehr gut. Sie haben drei Punktrichter den Kopf weggehauen. Gibt das was? Ja, ein Punktrichter. Alleine beim Rennen, das ist ja, man hat ja, man ist ja von seinem eigenen Gleichgewichtssinn so ein bisschen getäuscht, wie stabil man rennt, auf was für einer Ebene. Ja. Du wackelst ja die ganze Zeit extrem vor dich hin. Du musst ja auch, weil du ja auch Schwung holst beim Laufen, du musst ja schnell werden. Das ist ja nicht von wegen, ich laufe erst mal. Ja, genau, im Sprint. Ja, du musst halt richtig Geschwindigkeit. Das erinnert mich daran, dass ich ja halt beim Xletix die Quarter oder die Halfpipe mit halber Geschwindigkeit, mit halber Distanz und halber Geschwindigkeit gelaufen bin, weil ich wirklich dachte, ich bin bis jetzt immer auf Anni Bruch gekommen, du brauchst gar nicht so viel Schwung. Und dann habe ich es ja nur geschafft, dass ich gerade mal deine Finger berührt habe und wir halt einfach so schnell im Kopf nicht umgeschaltet haben, dass wir halt nicht mehr die normalen Handshake-Grip, sondern wir hätten dann eigentlich uns einhaken müssen, aber das zeitgleich beide realisieren, das ist die einzige Möglichkeit, die wir noch haben und das hatten wir halt nicht. Und dann bin ich halt abgespiepern. Und selbst dann wäre ich mir nicht sicher, ob es gehalten hätte. Ja, also das haben wir eigentlich schon ziemlich oft gemacht. Ja, aber im Schwung. Ja. Also nicht reingreifen, sondern deine Kurve zeigt schon nach unten. Aber jedenfalls, das war so das erste Mal, wo ich echt dachte, okay, das war jetzt ein bisschen arrogant von dir, du bist da richtig gemütlich reingelaufen. Ich habe es aber auch gepackt, ey. Auf dem Video sieht es gar nicht so extrem aus. Ja. Ich bin ja halt einfach nur gedreht und dann einmal auf dem Linken. Das ist das Einzige, dass ich echt krass bin, bis auf diese paar Schürfdinger, so gut weggekommen ist, nur, dass ich halt echt auf dem linken Arm voll draufgeklatscht bin, weil ich so weggedreht und dann so patsch. Die Schürfdinger sind wahrscheinlich von den Reifen und den Steinen unten, oder? Ja, wahrscheinlich. Und dann halt auch irgendwie, immer wenn du da irgendwie aus dem Moor oder sowas, wo so viel Wurzelwerk, wo du echt nicht registrierst, was hat dein, das, ja. Weil das ist eh, das ist öfter, also dieses, dieser Maniac, bla bla bla, diese autoreifenden Dinger, das war jedes Jahr, dass du sagst, am Anfang sehr geil sandig. Und wenn du durchtauchst da, wo du halt definitiv mit Bauch und Beine aufkommst, da plötzlich die spitzen Kiesel. Und du denkst immer, was, warum? Ich weiß auch, wie sammelt sich das da? Ist das so ein Effekt, dass die Leute da durchtauchen mit dem Zeug? Ja, das ist irgendwie total komisch, weil wer bringt die Steine da rein? Ich habe eher gedacht, dass das so ist, dass das grundlegend, dass sie da quasi wie so Granulat, um halt, keine Ahnung, diese Folie tief zu halten, sagen, wir kippen da einfach Steine rein. Irgendwie sowas, dass ich da halt nichts aufblähen kann oder so. Aber es ist jedes Mal gleich. Es ist jedes Mal Sand vorne, Steine hinten. Ja, da hat sich am Malkor die Nase letztes Mal. Ah, stimmt, wo er so tief rein wollte. Etwas seltsames Hinderheit. Ja, aber gut, mit dem Abtauchen ein gutes Stichwort. Kommen wir doch mal zum Schwimmen. Ach, das ist auch normal olympisch. Es gibt, kennst du die Geschichte von Eddie the Eagle? Nicht Eddie the Eagle, der heißt dann der, es gibt so einen Schwimmer aus einem, der ist tatsächlich ähnlich zu den Olympischen Spielen berufen worden. Äh, der eigentlich gar nicht gut, also der kein guter Schwimmer war. Der hat in seinem Land nicht mal ein olympisches Becken gehabt. Und er hat aber die Goldmedaille gewonnen, weil alle anderen beim Start desqualifiziert wurden. Okay. Die wurden halt alle wegen Frühstarts rausgeschmissen. Und er hat gedacht, er schafft die Strecke nicht mehr. Und das Publikum war so euphorisch, dass sie ihn die ganze Zeit angeschrien haben. Ja, die Siegel ist ja auch so ein Underdog. Weiter nach vorne gepatscht war ich, das muss ich mal den Namen von dem raussuchen. In der Zeit, ja, wie sieht es denn um deine Schwimmfähigkeiten aus? Also ich merke, wenn ich jetzt schwimme, dass ganz schnell alle Muskelgruppen irgendwie den Peak erreichen. Also vor allen Dingen Brustschwimmen habe ich das Gefühl, meine Brustmuskulatur pumpt sich so schnell auf. Brust- und Schultermuskulatur und, ja, was irgendwie weniger ist, sind irgendwie Arme. Aber auf jeden Fall schwimme ich nicht effektiv, sondern mit Kraft so. Und da bin ich nach 25, 50 Meter, glaube ich, platte. Ja, ich bin ja schon seit Schulzeiten, wo ich in Technik immer nur so fünf bis sechs hatte. Und meine Zeiten aber gar nicht so schlecht waren. Und seitdem bin ich auch schon mal so, also meine Technik alleine beim Kraulen die Beine zu koordinieren. Ich hasse die Beintechnik beim Kraulen. Ich finde das total konterintuitiv. Ich finde ja, diesen Frosch bei der Brust, den finde ich halt komisch. Den finde ich viel intuitiver, das würde ich einfach auch beim Kraulen machen. Ja, wahrscheinlich, weil ich, bevor ich schwimmen gelernt habe, halt schon wie ein Hund geschwommen bin. Das heißt, vorne kraulen, hinten paddeln. So, und dann war das immer intuitiver als diesen komischen Frosch machen. Beziehungsweise war ich eh totaler Fan von Der letzte Mann aus Atlantis. Wie heißt der? Jim Duffy oder Kevin Duffy oder irgendetwas Duffy, ne? Wie heißt der da? Patrick Duffy. Patrick Duffy. Und da bin ich dann halt immer im Hallenbad Langenhagen am Sonntag hin gefahren. Und dann diese Rutsche da, da gab es halt so eine Erlebnisrutsche, die war ziemlich geil. Das war halt echt nicht für damalige Zeit Hammer, weil früher gab es ja echt noch diese ganz normalen geraden Rutschen, die du auf dem Skiplatz kennst, beziehungsweise mittlerweile gibt es ja auch sonst was für Konstellationen auf dem Skiplatz. Und da gab es halt eine der ersten in Hannover, die so eine fette geschlossene Röhre waren und da halt immer reinplanschen und dann halt irgendwie immer rumtauchen. Also ich war halt nie, Spaß war nie schwimmen, sonst war immer mal springen, tauchen, rutschen. Es war niemals schwimmen, schwimmen war nie Spaß. Und das hat sich halt auch so fortgeführt, als ich dann als Teenager ins Freibad im Sommer immer gefahren bin, mit einem Kumpel, mit Henning, dass wir halt auch irgendwie, es gab dann halt ganz billiges Freibad in, was ist das, Limmer, Hannover, Limmer oder Langenhagen? Nee, ich glaube Limmer war das. Wir haben mit dem Fahrrad hingefahren und dann gab es halt zwei Becken. Einmal war es das Kinderplanschbecken, wo halt eine ganz normale Rutsche drin war, was immer pi warm war und mit Sicherheit auch nicht grundlos. Und du hattest halt auch irgendwie so Knietiefe oder sowas und dann halt einfach ein Schwimmerbecken. Also richtig, wo dann halt, glaube ich, ich weiß nicht, vier, fünf Bahnen waren. Und das konntest du halt richtig, also es war eh immer voll und dann gab es halt auch Senioren, die sich aufgeregt haben, dass in den Sommerferien um 15 Uhr nachmittags man nicht Bahnen ziehen konnte. Ich dachte, ja, böse Kinder. Und wir sind immer nur am Startblock gewesen und haben echt, glaube ich, so drei, vier Stunden nur Startblock irgendwie, Kopf über, Salto, Arschbombe, irgendwas, was man halt so und nie so von dem, ich schwimme eine Bahn, nicht eine einzige Bahn. Das ging sogar noch bei mir, der Startsprung. Okay, ja, also, ja. Denen unter, da war es bei uns natürlich nach Noten, wie weit du kommst, ohne Luft zu holen. Ich glaube, da war ich noch gar nicht so schlecht drin. Das und die Hockwände. Das ist dieses. Genau, du drehst dich. Unter Wasser, ne, machst du die Wände. Genau, trittst du dich ab und dann hast du halt wieder so klein. Die ist so schräg gedreht, ne, die ist nicht so Kopf über und dann stößt du dich so gedreht ab, ne. Weil die ja wieder mit dem Kopf nach oben. Ja, genau, in der Rotation. Ja, das habe ich halt auch hingekriegt so, aber ich fand es halt immer unter Wasser immer toller, weil über Wasser habe ich immer gemerkt. Also auch dieses Kraulen, dieses Kopf runter und dann 1, 2, 3, 1, 2, 3, oder wenn es kannst 5 oder so, es sollten irgendwie ungerade Zahlen, glaube ich, sein bei uns immer. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich war das dann gerade. Weil du bei den ungeraten Zahlen kannst nur nach links und rechts schauen, wie es in deiner Konkurrenz steht. So. Das ist die Logik dahinter. Ich habe Schwimmen auch schon in der Grundschule gehasst, als wir Schwimmen als Kurs hatten. Hast du ein Abzeichen überhaupt? Ich habe nur Seepferdchen, weil beim Schwimmen, das Ausdauerschwimmen und so ist kein Problem, das konnte ich mal ganz gut. Aber ich kann in einem Chlorbad die Augen nicht aufmachen. Okay. Also ich kriege wirklich die Augen nicht auf und entsprechend konnte ich halt nie irgendwas hochholen. Ja. Von den ganzen Gegenständen. Wir durften keine Schwimmbrille benutzen. Okay. Also wir durften auch nicht, aber... Ja, aber ich meine, wenn du die Augen aufmachen kannst, kein Problem. Aber ich stehe da halt da und dann war ich dann irgendwie immer so 30, 40, 50 Sekunden unter Wasser und habe so ein bisschen blind am Beckenboden lang getastet. Also du konntest auch nicht kurz aufmachen und dann... Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, ich habe sowieso empfindliche Augen, was das angeht. Und das war halt so ein total überchlortes Becken. Ja. Keine Chance. Ja, cool. Deswegen schwimmen ist... Aber schwimmen würde ich zumindest noch machen. Ich glaube, da würde ich nicht bei Sterben anders als beim Turmspringen. Aber ich meine, man würde doch dann für eine bestimmte Sportart ausgewählt und nicht von wegen, du bist Teil der sadomasochistischen Klaus-Olympiade und du wirst jetzt alle Disziplinen... Obwohl, alle wären natürlich auch schon wieder lustig. Alle, die sich zeitlich managen lassen. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwann nochmal auf die Sachen, wenn du mal letztes Mal in Kampfsport, Boxen auch olympisch ist. Ah, okay. Ich glaube, da hast du aber eine relativ hohe Chance, an jemanden zu geraten, der es kann. Mhm. Anders als bei den anderen Kampfsportarten. Ist es denn auch in Gewichtsklassen und Geschlechterklassen eingeteilt? Ja, 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 ja. Okay. Ist jetzt nicht von wegen, Erna 83, dein Gegner, viel Spaß. Und du denkst, hi, 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 hi. Nee, nee, aber wenn Erna 83, 60 Kilo wiegt, dann muss ich halt im... Was wird das bei Frauen sein? Weltergewicht? Obwohl 60 bei Frauen wahrscheinlich schon Mittel- oder Schwergewicht, oder? Was ist das kleinste Gewicht? Fliegengewicht? Oh, ich glaube ja. Und ich habe es nie so ganz... Also gefährlich wäre halt einfach, ich wäre in einer Gewichtsklasse, wo halt auch jemand, der es nicht kann, mit Sicherheit da mit Schwingern arbeitet und die muss ich mit Boxtechniken docken. Das kann, glaube ich, richtig böse ins Auge gehen. Weil da sind ja auch keine Techniken, die den Schlag abfangen, sondern immer dich schützen. Also der Boxer, der schützt ja immer seinen Kopf oder seinen Körper mit der klassischen Kopf- und Nierenschutzhaltung da. Und das haben wir tatsächlich letztens irgendwie gemacht, dass wir mal so ein Gefühl kriegen, also das war, als ich mir diese übelsten blauen Unterarme, jetzt noch ein bisschen blau, geholt habe und wir die Ellbogen-Blocks und Strikes gemacht haben, dass es dann hieß von wegen, okay, versuch mal verschiedene. Und die Boxschutztechnik ist halt einfach die schnellste, weil du halt einfach so hochreißt deine Hände und die fängt aber am wenigsten ab. Und das hat man halt voll gemerkt, das hat so gewummert, wenn du das halt irgendwo hingekamst und dachtest, alter, okay, und das ist jetzt ja quasi noch nicht hundert Prozent. Und weiß nicht, da habe ich das Gefühl, das ist irgendwie nur der Schutz, dass du nicht sofort bewusstlos oder sofort aufgeplatzt irgendwas hast. Also richtig, also klar, wenn du richtig Handschuhe hast, dann ist das halt, aber da habe ich gedacht, das wäre, da gibt es wahrscheinlich echt nur zwei Möglichkeiten. Also halt so, entweder du schützt dich und lässt halt irgendwie so ein gleiches Gewicht, so ein Trottel erstmal auspowern, weil das sind ja auch irgendwie so drei, vier, fünf richtig harte Schwinger, die du halt dann irgendwie nur fängst. Das ist auch total anstrengend. So, und dann musst du die halt fangen und dabei halt auch nicht zu viel Energie verlieren und dann halt raus aus der Deckung und sofort gerade Strikes direkte rausklatschen. Weil wenn du Schwinger machst, dann ziehst du danach die Hände nicht wieder hoch, sondern bist du meist offen. Und die dann, also ich würde glaube ich auch nur zum Gesicht kloppen. Also auch was, weil da die höchste Chance auch mit Handschuhen ist, dass du Punkte beziehungsweise jemand K.O. kriegst. So, also auch ein Anfänger so gezielt in die kurze Rippe, also auf die Leber schlagen, dass du ihn dann halt, zumal Leberhaken ja auch mit der linken faust. Und das kriege ich, da habe ich nicht die Power, beziehungsweise müsste dann so günstig stehen, dass ich mit der rechten auf die Seite komme. Da würde ich halt echt hoffen, dass der sich müde macht und ich das Gesicht matsch mache. Aber ja, ich meine, im besten Fall ist der vielleicht auch nicht so voll drauf und weiß auch von Dingen, er muss es durchziehen. Und man macht halt nicht volle, also jemand macht nicht volle, sagt von Dingen, okay, wir sind beide nur Sklaven von dem bösen Klaus. White-collar-Fight. BDSM, Europa. Jetzt klingt es plötzlich wie die Handlung von den Hunger Games. Ja, ist ja ein bisschen so. Klaus zwingt uns. Hier muss ja keiner sterben. Es ist ermutigt, aber es muss keiner. Was gibt es denn so an, also es gibt so viele, die ich halt nicht fände. Fechten wäre auch noch sowas? Ja, ja, da hatten wir, da haben wir mal einen Stand gelernt und vielleicht habe ich, ich meine, wie ist denn das, wenn du irgendwie abwehrst? Wenn du so wie ich und, wenn du wie Randy und ich so abwehrst? Kommt auf die Waffe an. Also wenn wir den... Also ich meine mit Florett, so wie halt wir auch gelernt haben. Gibt es denn auch mit Degen und Dolch oder was? Dolch nicht, aber Säbel. Säbel. Also Hieb gibt es. Hieb und Stich gibt es. Genau. Und beim Florett und Degen ist der Unterschied A, die Trefferfläche. Beim Florett nur der Oberkörper. Und Degen nur der Penis. Nur der Penis. Und wenn du keinen hast, wird einer angenäht. Klassisch. Ja. Der ist ja noch übrig von den Hoden, die angenäht werden, um den Frauen zu drohen. Nach dabei sein ist alles, ist bei Klaus-Olympiade. Annähen ist alles. Oh Gott, er hat seine Lippe verloren. Ja, können wir annähen. Und du hast beim Degen kein Angriffsrecht. Das heißt, beide können gleichzeitig stechen. Ach, bei den anderen ist immer von wegen, der eine muss parieren und wartet darauf, dass der andere... Genau. Du hast erst nach einer erfolgreichen Parade darfst du. Ah, okay. Das macht Florett natürlich technisch ein bisschen anspruchsvoller. Also ich glaube, beim Degen könnten wir uns noch irgendwie so durchwurschteln. Ich weiß es nicht. Naja, gegen andere Leute, die es auch nicht können. Aber es sind ja auch einfach nur so eine schnittfesten Anzüge. Ja, ich war ja einmal mit Sitzpeter auch dabei. Ich hätte Schiss, dass wir bei Hiebwaffen mit jemandem, der es kann, eventuell richtig böse Flecken kriegen. Naja, ein paar Striemen kannst du davon tragen, immer so. So, also zumal auch, du versuchst, also wenn es jemand ist, der es kann, dann ist die Gefahr sowieso nicht so groß, weil du versuchst, das so ein bisschen halt nur zu werfen, also so auf... Zu werfen? Nein, auf Körperlinie zu halten, damit du in dem Schwung einmal kurz tippst. Okay. Weil es geht, du brauchst ja nicht viel Druck, damit es als Treffer zählt. Wie ist denn das, wenn man irgendwie die Maske des Gegners abzimmert? Ist dann irgendwie Time-out oder ist das ein Punkt oder geht es dann weiter oder was? Abzimmern, weiß ich nicht, ob das physikalisch möglich ist. Naja, wenn du halt so mit dem Florett oder mit... Nee, außerdem mit dem Degen nicht Hieb machst, sondern Stich und schiebst du hoch und das Gegend geht so nach hinten weg. Also dann hat er seine Maske nicht richtig zugemacht und dann wird pausiert, ja. Okay. Also nicht von dem... Nee, ist nicht. Der sammelt die Maske ein, du stichst ihn währenddessen so oft in den Hintern, wie du willst. Oder Gesicht, habe ich jetzt gedacht. Was sind denn so Disziplinen, wo wir halt einfach gar keine Chance haben? Weil jetzt reden wir ja so Sachen, die werden mal so gekannt. Schwimmen, würde ich sagen, einfach so konditionell und Technik. Da wäre ich relativ schnell... Also Turmspringen, das da waren wir einfach. Ja, gut. Ich würde nie mehr springen. Fünf Meter? Olympisch, wenn wir Glück haben. Was war das Höchste, von was du gesprungen bist? Zehn sagen. Vom Fünfer. Bei mir waren es siebeneinhalb mit Anlauf. Im Europa... Nee, wie heißt das? Olympiastadion? Nee, Olympiastchwimmbad. Wie heißt dieses große in Hannover? Wo bringt das denn bis? Na, ich rede ja jetzt mit Timo. Timo weiß das doch. Warten, bis er anruft. Ja. Da konnte man unten in den Keller gehen und dann durch Bullaugen so gucken, wie die dann eintreten ins Wasser. Weil du musstest ja... Also die mussten ja eine ordentliche Tiefe haben, weil das war, glaube ich, zehn war top. Und siebeneinhalb habe ich mich damals mit Daniel getraut. Und dann halt irgendwie hoch und dann einfach nur laufen. Und das Krasse ist, du siehst diese riesige Halle. Und das Gute ist, was ich halt auch immer Schiss habe bei so Becken, wo du weißt, die sind sehr tief, aber nicht sehr weit. Und ich mag halt nicht am Rand stehen und springen, weil ich immer Schiss habe, dass ich mich irgendwie drehe. Und wenn ich laufe, habe ich das Gefühl, bin von der Rotation so, dass ich auf jeden Fall so wie gerade reinkomme. Und wenn ich nur springe, habe ich das Gefühl, äh, tot, nett, zerfetzt, so. Ja, da war es halt so, dass du konntest richtig weit laufen, du kamst nicht ansatzweise. Also wenn du richtig, richtig gesprintet bist, hast du vielleicht in die Mitte geschafft bis zum Becken. Ja. Und das war halt immer vom Gefühl her, okay. Weil ich habe gedacht, wenn du vom Zehner richtig maximal läufst, schaffst du es wahrscheinlich drei Viertel oder so. Also schon wohl... Das halte ich physikalisch für... Oder meinst du nicht, dass du so weit... Sagwürdig, nee. Ich dachte jetzt, dass du echt vom Zehner... Ja, aber du springst ja genauso weit und deine Kurve... Ich glaube nicht, dass du beim Siebenhalber noch irgendwelchen Schwung in der Horizontalen hast. Ich glaube, du hast die Bewegung und dann sackst du vertikal ab. Er macht gerade so eine halbe Parabel. Ja, ich meine, wie weit wirst du springen ungefähr? Du hast ja nicht den Weitsprunganlauf, sag mal drei Meter. Drei Meter nur? Wenn du mit Sprintes von siebeneinhalb Meter und dann fliehst... Wie weit ist denn das Brett? Sagen wir vier Meter. Weil du wirst ja... Weil drei Meter schaffe ich doch schon... Ich wollte gerade sagen, wenn ich mit Anlauf springe, nee. Wie viel schafft man denn, wenn man einfach nochmal Weitsprung macht? Vier Meter, wenn du gut bist. Siehst du. Und da fällt man noch nicht mal runter, sondern springt einfach nur gerade. Ja, ja, ja. Und wenn ich halt dann vier Meter so... Dann würde ich doch im Flug noch einen weiteren Bogen ziehen und sieben schaffen oder was? Ja, aber in deiner Theorie springst du die ganze Zeit leicht aufwärts, was ich auch schon mal bezweifle am Hochsprungton. Zum Schluss? Leicht aufwärts. Das ist ja einer... Und dann würde die Kurve so langsam abflachen und so... Ja, und du würdest dann so einen sanften Sinkflug machen, was ja nicht passiert, sondern sobald das Boot, sobald die Schwerkraft einsetzt... Geht senkrecht runter. Genau. Und das passiert dir beim Zehner auch. Also da kommt es vielleicht ein bisschen weiter. Aber wenn überhaupt. Ich würde sagen, eher auch nicht. Wir hätten es beim Fünfer mussten wir einen Kopfsprung machen beim Schwimmen. Boah! Und zwar diesen fiesen, wo du beim Fünfer... Seh mal super. Ja, beim Fünfer ist es physikalisch einfach, du musst einfach nur stehen... Aber du musst dich doch einfach nur vorne kippen. Ja, genau. Aber das ist natürlich super, einfach nur stehen, nichts machen und dich wie ein Brett nach vorne kippen. Ja. Also das habe ich beim Dreier gemacht und ich bin immer noch gesprungen. Somit habe ich hinten zu viel Dreier gekriegt und gerne mit den Waden vom Dreier... Patz! Und ich so... Aber scheiße! Ich werde doch kein Skateboardstar. So endete also deine Skateboardkarriere. Beziehungsweise Snakeboard. Skateboard bin ich ja nie gefahren. Oder einen Monat oder so. Ja, okay. Aber wahrscheinlich... So. Irgendwelche Disziplinen, die ich gar nicht auf dem Schirm... Gibt es Schacht? Ist Europa... Schacht nicht. Es gibt halt so diese ganz fiesen Multidisziplinen wie Fünfkampf und Zehnkampf und Moderna Zehnkampf und sowas. Das ist irgendwie Kugel stoßen, weitlaufen, Fahrrad schmeißen und so, ne? Ja. Schießen, reiten. So reiten. Die ganzen Sachen zu Pferde. Das wäre ja voll was für mich, ey. Ich glaube, das letzte Mal geritten bin ich mit Dreien. Habe auf so einem kleinen Pferd gesessen. Jemand hat mich im Kreis mit dem Pferd geführt. Und ich habe nur geheult und geschrien. Ja, nimm ihn runter. Er hasst es. Ja, aber der Pferd oder der Typ? Nimm Dirk einfach runter. Das Pferd hat seinen Spaß. Ja. Er hat Zuckerwürfel gekriegt. Alle Pferde haben in den 80ern Zuckerwürfel gekriegt. Das wäre echt krass, was du an Zuckerwürfel an Pferde reingedrückt hast, bis dann irgendwann hieß, das ist glaube ich gar nicht so gut. Wieso? Die mögen das doch. Ja, aber. Nur weil denen die Zähne ausfallen? Und die Mörder Schmerzen haben? Ja. Also kein Zucker für Dirk. Mehr Zuckerwürfel für uns. Ja, alles mit Tieren wäre, glaube ich. Ist das das Einzige, was mit Tieren? Nee, es gibt ja beim Reiten gibt es ja... Robben schmeißen oder so? Robben schmeißen ist erst bei der nächsten... Bei der nächsten... Bei der nächsten Spiele wieder olympisch. Nee, es gibt ja auch das Dressurreiten. Wo diese... Wo diese geilen... Wo die Pferde so über Hindernisse tanzen. Behindernisse. Ja. Und diese ganz traurig geflochtenen Pferdeschwänze. Oh, das ist ja auch eine Scheiße. War das nicht bei Goldfinger oder sowas? Oder... Wo Christopher... Nicht Lombert. Nee, wie heißt denn der, der so cool getanzt hat in den einen Moby-Video? Der auch bei Catch Me If You Kennen der Vater gespielt hat. Christopher Walken. Christopher Walken, ja. Der war doch einmal in einem Bond so ein Bösewicht mit blonden Haaren und... Ja, Max Soren in... Und da war auch so viel Pferdescheiß. Wo er in Nazi spielt. Äh, Nazi? Äh. Ja. Okay. Auf jeden Fall war er da so ein Reittyp und ist mit Bond geritten und hat dann so eine Bösewichte da gegen Bonds Pferd schubsen lassen und so. Grace Jones. Erstaunlich, wie schlecht ich... Wie gut ich die schlechten Bond-Filme kenne. Ähm... Ja, also das auch... Ich würde mich auch von den ganzen Tiersachen fernhalten. Genau. Aber es gibt ja nur Pferde oder andere Tiere. So Hunde riechen oder irgendwas? Nee. Das ist ein Diamantiner. Nein, das ist der Richter, der Punktrichter. Dicht dran. Klassisch wetten das. Ähm, wir sind ja auch... Also nicht Tiere, aber wir hatten mal leichter, die waren vorhin bei Kugelstoßen. Das würden wir, glaube ich, beide einigermaßen Schmerz verhinkriegen, ohne uns total zu blamieren. Diskus. Aber Diskus und Hammer. Diskus ging eigentlich auch. Hammer haben wir nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Diskus ist ja... Wenn du ihn normal wirfst, ja. Wo den hier rausschießt. Aber genau, aus diesem Netz, aus dem Netzkreis. Du bist ja in so einem mehr oder minder so gut wie geschlossenen Oktagon. Wir hatten auch immer ein Netz. Echt? Ihr habt es mit Drehungen gemacht? Ja. Aber wie sieht ein Hammer aus? Ist ja nicht ein Hammerhammer. Das ist doch irgendwas anderes, oder? Sieht so ähnlich aus, du hast einen Gurt hinten. Aber hä? Du hast... Der hat einen Gurt, einen Griffgurt. Du hast ihn an diesem Griffgurt. Hast einen Stab und ein Gewicht dran. Okay. Der sieht schon aus, der sieht ein bisschen aus wie Mjölnir. Von Thor. Thor-Summer, genau. Okay, den du da hinten stehen hast. Geklaut aus der Lampe. Wie bitte? Ja, gut. Wie ist es mit Pfeil und Bogen? Gibt es da nicht auch noch so eine Disziplin? Bogenschießen? Bei irgendeinem 5- oder 10-Kampf sicherlich, ja. Aber es wird es auch so geben, ja. Also es gibt ja auch Schießen als Disziplin. Stimmt. So Olympisch-Pistole oder so. Ich weiß es nicht für. Ich weiß es nicht. Ja, also es gibt irgendwie so olympisches Pistolen-Schießen. Ja. Du musst doch irgendwie ausatmen. 21, 22, po. Ja. Also das kriegen wir schon irgendwie. Würde ich durch alle meine Action-Film-Erfahrungen wahrscheinlich megamäßig abdrucken. Einfach das ganze Magazin auf einmal in die Zuscheibe. Ja, Herr Dirk, Sie dürfen das nicht einfach so. Was? Es geht hier nicht um Schnelligkeit, aber danke. Klettern. Klettern ist auch olympisch. Echt? Ja. Bouldern oder Klettern? Alles. Die haben das alles zu einer Kombidisziplin zusammengeworfen. Bouldern, Klettern, also mit Einhaken an einer wirklich hohen Wand und Speedclimbing ist auch noch mit drin. Da hast du jemanden, der dich aber auch die ganze Zeit, also mit Seilen, jemanden, der dich auch zieht. Ja, beim Speedclimbing bist du oben angeseilt, also Top-Rope. Du bist in so einem Automaten drin. Und die Strecke ist standardmäßig vordefiniert, also es ist immer dieselbe Strecke, die ist genormt und du sprintest die quasi vertikal hoch. Also das ist Speedclimbing, muss man eingeben, die Videos von den Leuten sind lächerlich und das ist jetzt alles dreist, eine Disziplin. Eigentlich wollte ich mal schauen, welche Disziplinen neu sind, weil die sind ja immer, es gibt ja halt immer neue und alte. War nicht eine Zeit lang mal dieses, wie hieß denn dieses Spiel mit dem Tennisball und den Handtellern? Tennis. Tennis ist auch olympisch. Echt? Mit dem Tennisball und den Handtellern, wo so Klett auf den Handtellern ist. Echt? Das war olympisch? Ja, ein Jahr lang halt, als sie irgendwie das als Werbekooperation hatten. 15 neue Disziplinen in Tokio 2020. Woher stehen sie? So, das haben wir genau. Dreimal Basketball und BMX Freestyle. Wie Basketball und BMX Freestyle in einem Sport? Nee, dreimal drei, also wie Street Basketball, also die Streetball. Ja, gut, das ist genau wie Fußball. Fußball ist auch olympisch? Fußball ist auch olympisch, ja. Und was ist BMX Freestyle, dass du auf so einem Parcours rumeierst? Ich glaube ja, das gibt es, also Fahrradfahren gibt es als Cross Country. Da hast du halt so einen Outdoor-Parcours, ja, dann wahrscheinlich auch mit dem BMX und über, so ein bisschen wie Trials. Also BMX, ja, aber ich glaube diese ganzen mit Wheelie und hier an einer Stange, Gelenk, Quatsch, an einer Handführung da, am Handlauf da halt irgendwie so geil mit dem Tritt da drauf rumsliden. Ich würde zwei Sachen probieren, dann würde ich mir wahrscheinlich super das Schienbein blutig schlagen oder irgendwie ein Knöchel halt irgendwo, hängt da noch irgendwie im Geländer oder einem Quarterpipe fest und alle, wow, gibt immer fetten Bounce-Blut oder so. Würde ich, das alleine schon, ich würde mich im Leben, ich glaube, die, so eine Halfpipe hochfahren und in der Luft das Rad drehen und wieder aufsetzen. Im Leben nicht. Achso, ich wollte gerade sagen, das würdest du machen? Nee. Ich würde ja noch nicht mehr die Halfpipe, wenn ich merke, dass es so gegen Senkrecht geht, dann würde ich schon irgendwie alles loslassen und heulen und einfach nur abrollen. Ja, du sollst jetzt einfach weitermachen, dann wird es nicht so gefährlich. Was ist denn 400, viermal 400 Meter Staffel gemischt? Heißt das dann Mann-Frau oder Alt und Jung oder was? Eine gemischte viermal 400 Meter Staffel in der Leichtathletik. Klingt nach zwei Männern, zwei Frauen, ja. Ja, Staffel ist doch halt auch nur, was ist letztens doch gemacht, dass viermal 400 Meter, das heißt vier Personen laufen in den 400 Meter, also jeder 100 Meter. Nein, jeder läuft 400 Meter. Okay. Jeder läuft eine Runde. 400 Meter. Das ist eine Stadionrunde. Kann man die sprinten? Nee, ne? Das ist noch ein Sprint, ja. Das ist noch ein Sprint? Ah, welcher, aber da habe ich ganz schön fertig. Also ich meine, da würden wir, Technik ist wahrscheinlich auch ganz schön krass, das abzugeben, wenn ich da halt irgendwie rumeier und du musst es ja dann auch schnell übergeben und ich, gib her, gib her, gib her, gib her, gib her, du Penner. Ja, genau, zu Schulzeiten übt man ja so eine Staffelübergabe nochmal. Echt haben wir das gemacht? Ja, nicht. Also wir haben immer so Staffelläufe gegen andere Schulen gemacht, deswegen musst du das üben, dass der nächste Läufer halt schon mal anläuft und dann den Staffelstab entgegen nimmt, dass der halt schon ein bisschen Tempo hat und du nicht abbremsen musst. Okay. Also quasi, du gehst noch mit. Ja, genau, das meinte er. Ganz neu, wusste ich nicht, dass es neu ist, 800 Meter schwimmen bei den Männern. Ja, gut, das ist jetzt eine nette Variation. Und es gibt eine 4x100 Mixed Staffel beim Schwimmen. Mixed Staffel beim Schwimmen, das heißt von wegen, jeder schwimmt 400 Meter und die Olympische Bahn sind noch 50 oder nicht. Ja. Das heißt, jeder schwimmt einmal hin und zurück und dann springt ein anderer rein mit einem Stab, nein, du hast ja keinen Stab beim Schwimmen. Nee. Du kriegst ein Fehlchen oder einen Ball im Mund oder so. Ich glaub, du musst nur tippen. So ein Gagball. Ich glaube, das reicht, wenn du einfach tippst. Es sind, glaub ich, die ganzen Sachen, die neu sind, sind immer diese Mixed Sachen. Zum Beispiel Bogenschießen steht ja auch Mixed Event. Das heißt, dass du halt auch gegen eine Frau anstehst, weil das Gerät ja nicht so schwer ist. Ja, du hast ja keinen, genau. Dass das halt nicht eine Frau, sondern, ja, es sind alles nicht coole Sachen. So, was haben wir denn hier noch? Hockey. Hockey, ja, Feldhockey. Judo Mixed Team Event. Wie, du bist dann so ein 90 Kilo Typen und machst Judo gegen eine 40 Kilo schwere Frau. Weiß ich nicht. Da wird es ja jede Technik auch mit Kraft einfach. Mixed Team. Kanu. Kanu sehe ich gerade noch. Okay. Kanu waren zwei, ne? Ich bring's aber durch meine Kanadier ist einer oder Kanadier ist nur der, der so cool kniet wie ein Indianer. Ich hätte gesagt, Kanu sieht ja auch nach einem aus, ehrlich gesagt, aber schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe mir erzählt, dass ich bei, damals, als ich den Scheiß noch gemacht habe, ja, es ist Mitfallgelegenheit, da habe ich dann irgendwann so einen Typen kennengelernt, der regelmäßig Kanadier gefahren ist und der hatte so einen Falt-Kanadier in seinem Auto immer drin und meinte, der kann immer nach Pause, ich weiß nicht, ob der irgendwie im Büro war, dann mal schnell irgendwie ans Wasser, an See, an Fluss, an irgendwas und dann halt ein Kanadier rum und der hatte halt ein Mörderkreuz und der meinte, der macht nichts außer Kanadier fahren. Der meinte, der muss sich halt immer zwingen, ab und zu mal zu laufen, weil er halt einfach so eine richtigen Sitzbeine hat, du machst halt nichts weiter und der ist ja dann immer nur knien und ein Bein ist lang, beziehungsweise so angewinkelt und der Oberkörper war halt so austrainiert, meinte, weil diese ganze Bewegung, diese komplette Rotation, das sind verschiedene Strömungen, Hindernisse, das ist echt von der Griffkraft bis Bizeps, Trizeps, da alles austrainiert, Brust, Rücken, aber die Beine, das ist gefährlich, wenn du da so echt nur das machst und dann steigt er aus seinem Boot und denkst alle, äh. Ganz schön wie so ein Gorilla einfach auf den Arm, ein bisschen wie der Typ bei Umbrella Academy. Hast du's mal gesehen? Umbrella Academy klingt so nach Resident Evil. Auf, nee, auf Netflix. Achso. Achso, nee, 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 das war mit den Teenager-Superhelden, ne? Und alle Ende 20, aber... Also ich meine alle, die halt irgendwie so ein... Die waren als Kinder Superhelden, als Kinder tatsächlich, nicht als Teenager. Die haben ihre Kraft verloren? Ähm, nee, die waren da keine Superhelden mehr. Achso. Sondern einfach nur noch so durch die Gegend gepimmelt. Wie sieht's aus mit Tischtennis bei dir? Mixedoppel ist auch olympisch neu. Also ich, zu Schulzeiten haben wir regelmäßig Tischtennis gespielt. Ja, rundlaufen und Basketball. Und Dennis Kaschni hat immer einen abgezogen. Typisch Dennis Kaschni. Das war der geilen Jack-and-Sun-Jeans. Nee, wir haben nicht nur Chinesisch gespielt, sondern auch so dann mal in den Pausen. Was ist denn Chinesisch? Der Chinesisch ist, wenn du rumläufst und einer... Der Rundlauf ist chinesisch? Ja, und einer raus... Wenn du einen Fehler machst, fliegst du raus. Wieso ist das chinesisch? Weiß ich nicht. Die Japaner bleiben stehen, die Chinesen laufen und... Das heißt halt so. Hatte ich noch nie vorher gehört. Ich kannte halt immer nur Rundlauf. Ich dachte, das wäre so eine Kindererfindung. Ja, ich dachte, ne, weiß ich nicht. Also, ja, wird schon eine Kindererfindung sein. Bei uns ist es halt immer... Dann nur mit der flachen Hand immer spielen. In Berlin immer chinesisch. Ja, das war halt, wenn du einen Tischtennis-Kerl vergessen hattest, dann musstest du halt immer der Depp sein, der mit der flachen Hand spielt. Also, wir haben immer nur mit der flachen Hand gespielt. Ne, wir hatten dann irgendwann einen Tischtennis-Kerl mit und dann... Wir hatten meist auch gar keinen Tischtennisball. Hattet ihr eine Platte oder seid ihr einfach um den Kreis gelaufen und habt euch einen Ball zugeworfen? Nein, wir hatten halt eine Tischtennisplatte und einen kleinen Basketball. Und das war's. Traurig. Ja, aber du hast richtig so mit verschiedenen Dings... Also, ich habe dann auch irgendwie hier diese Schildkröt, Drei-Sterne-Bälle und raue und weiche Seite und dann zwei Meter vom Dings. Weil wir hatten dann auch irgendwie eine Tischtennisplatte, also im Garten. Und das war die, die dann irgendwann so leicht wellig steht, weil irgendwer dachte, ich habe keinen Bock, sie bei Regen reinzuschieben. Ey, die geht kaputt. Ist mir scheißegal. Nächsten Tag, ach, guck doch mal an, wie das aussieht. Und wenn du da halt einfach schmetterst, dann ging das Ding immer sonst wohl. Ein echter Profi kann auf jedem Untergrund spielen. So. Ja, also Tischtennis kriegen wir noch hin. Anders als Tennis, würde ich sagen. Boah, Tennis, glaube ich, habe ich einmal in England oder sowas versucht zu spielen und habe dann auf dem Platz gedacht, ist der groß. Alter, ich sehe ja gar nicht. Ich habe doch gar nicht Vorstellung, wo ich hin muss. Ja, man stellt sich das so easy vor, weil das so... Ja, die schlagen halt den Ball und er geht übers Netz. Aber allein den Ball übers Netz, aber nicht übers Feld zu kriegen. Ja. Und den Ball zu treffen mit diesem Scheiß Schläger. Also da echt großer Lob an Maga, der das schon so viele Jahre... Ja, also ich glaube, da würden wir uns wirklich beide anstellen wie der letzte Horst. Da können sie uns in so ein Doppelteam stecken, würden vielleicht mal einen Aufschlag hinkriegen. Dann reicht da, glaube ich, mich gleich mit ein, bei Fußball. Das ist dann halt auch sowas, was... Ich habe es ja nie wirklich richtig gespielt, irgendwie Bolzplatzgrößen. Aber wenn ich dann mal, ich weiß nicht, vielleicht zwei, dreimal zu Kinder-Jugendzeiten auf einem richtigen Fußballplatz stand, genau das Gleiche. So diese Weite, keine... Wo trete ich hier? Wie weit muss ich denn spielen? Ich schieße das allein, der Mittelstürmer jetzt den Ball kriegt oder so. Ich schieße so Kilometer weit. Weiß macht auch gar nicht. Ich spiele ja am Wochenende immer nur so 3 gegen 3, 4 gegen 4 mal 5 gegen 5 auf einem kleinen Bolzplatz. Also hier dieser Steinplatz, der Betonplatz. Genau, wo du halt eigentlich nur Kurzpassspiel wie im 16er hast. Wie weit sind denn die, wie ist denn das Feld? 5 Meter, 10 Meter? Ja, vielleicht 10 mal 20 oder so. Mann, 20 Meter. 10 mal 20. Oder soll es 10 mal 15 sein? 10 mal 15 vielleicht. Ja, 10 mal 15 klingt, glaube ich. Äh, sieben und halb. Ja, 10 mal 15 ist, glaube ich, ganz gut. Aber ne, also halt so ein bisschen wie die, ähm, ungefähr wie der 16er. Ganz grob. Wie lange ist ein richtiges Fußballfeld? Och, 90 Meter mal. 45. Ja. Genau, die Hälfte einfach. Irgendwie so. Also riesig im Vergleich. Und das hat auch, wenn du dann, also A, spielst, wie weit du so einen Pass schlagen musst. Wie halt natürlich, auf kurze Distanz ist ja egal, wenn der Schuss so ein, zwei Grad daneben geht. Mhm. Deswegen ist ja auch so ein bisschen, weil beim Fußball einfach viel weniger Tore geschossen werden, weil so ein, zwei Grad sorgen halt für, der Ball geht 10 Meter neben das Tor. Mhm. Statt aufs Tor. Und das ist genauso halt beim Pass. Dann geht der Pass halt 10 Meter daneben. Und selbst wenn du mal einen Pass auf jemanden spielst, über die Distanz, wirklich hoch und auf den Punkt, muss der den halt auch noch annehmen. Ja. Was halt, wenn so ein Ball aus der Luft kommt, mit Schwung, auch nicht immer so leicht ist. Und das ist halt, das würde, glaube ich, ein ziemliches Rumgebolze werden. Ich glaube, da würde ich mich einfach so, weiß ich nicht, auf so einer Halbposition im Mittelfeld aus der Affäre ziehen. Und ich glaube, da gibt es halt einfach brutal viele, die halt einfach aus Kindheit oder jetzt immer noch Fußballerfahrung haben, da würde ich maximal ablosen. Also selbst wenn ich mich ins Tor stelle, ist es halt einfach so groß, dass es halt, ich brauche dich nicht hinschmeißen, weil es dann einfach, ich müsste so weit rausgehen, dass dieser Winkel immer spitzer wird. Aber dann müssten die ja relativ früh schießen oder mich einfach rüberlisten, das sind einfach rüberlupfen und ich gar nicht zurücklaufen kann, weil es einfach so weit, ich wüsste gar nicht, was ich da machen sollte. Gibt es irgendwie so Positionen, die mehr irgendwie reden und stehen oder so? Ja, ich würde halt so ein bisschen Halbposition im Mittelfeld, da kann ich auch so ein bisschen langlaufen und habe weder offensiv noch defensiv so die absolute Verantwortung. Also wenn ich mal einen Fehler mache, dann ist es nicht gleich spielentscheidend. In der Regel, und ich kann ein bisschen laufen, weil ich würde mal sagen, so auf kurze Distanzen bin ich schon schneller als die meisten durchschnittlichen Leute und halt ein bisschen länger durch. Zumindest das erste Spiel und danach habe ich so einen Muskelkater in den Beinen, dass ich nur noch auf der Bank setzen kann für den Rest des Turniers, weil das ist ja natürlich auch ein Turnier bei den Olympischen Spielen. Ja, das war übrigens auch beim X-Litex, ich weiß nicht auf welcher Kilometerhöhe das war, als wer da einem Gewichtsschlitten war. Das erste Mal bei so einem Ding, dass ich plötzlich gemerkt habe, im Oberschenkel fängt es an zu ziehen. Ich dachte, alter, scheiße, wo ich dann immer deine Schulter genommen habe und den zu dehnen, danach ging es wieder sofort. Aber ich habe gedacht, das kannte ich jetzt noch nicht, da hatte ich so ein bisschen Schiss. Ja, das war glaube ich eher dann in der Summe von den Anstiegen, weil da brauchst du den Quadrizeps, ja, total, also der ist es ja vorne. Auch der geile Typ, der hat gesagt, geht mal aus dem Bild. Also ich muss auch sagen, ich fand die alle nicht irgendwie, diese ganzen Team- oder beziehungsweise da am Rand stehenden, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Staff-Member. Ja, die sind ja keine, die sind ja nur Helfer. Also du hilfst dir dann einen Tag mit, um dann gratis, läufst du überhaupt gratis oder läufst du nur ermäßigt? 15 Euro, glaube ich, zahlt es ja nur noch. Also das hätte man sich dann auch nochmal schenken können. Ja, ja. Naja, aber klassisch ist Geld rausschlagen. Ja, aber, also, beziehungsweise, da würde ich mir als Helfer ja echt überlegen, ob ich da Bock habe, einen ganzen Tag lang zu helfen. Und du bist ja auch da glatt. Ja, eben, für 15 Euro zu Helfer, überhaupt nicht. Also du arbeitest ja den ganzen Tag dann da. Ja. Deshalb, du hast ja dann, weiß ich nicht, einen Zehn-Stunden-Tag wahrscheinlich. Bestimmt. Easy. Und dann, wenn du halt nicht aufpasst in der Sonne und so ein Zeug und dann bist du abends komplett gebügelt, dann hast du den nächsten Tag dann halbstark lostaumeln. Ja, aber ich muss sagen, echt, die beim Tough Mudder, die beiden Mal, die wir waren, die waren immer besser drauf. Ich weiß nicht, ob die dann halt einfach so britisch gebrieft wurden, so von wegen, ey, Support, dass ihr seid wirklich alle Team. Auch dieses Team-Gefühl bei den Hindernissen, ich meine, das hatten wir beim Xletics schon mal anders, aber jetzt war schon immer, dass die Teams untereinander sehr intensiv so. Ja. Ja, komm, ich helfe dir, ja, kein Problem. Das fand ich auch so ein bisschen dünner, so. Also ich habe das einmal, als wir in diesen, was war das? In dem Schacht. Genau, in dem Schacht, wo du meintest, nicht so drehen und plötzlich habe ich nur gemerkt, dass hinter, unter mir jemand meine Füße geschnappt hat und wumm, war ich oben. Ich dachte so, ach, geil, danke, sonst ich hatte gerade keine Idee mehr, wie ich hier in dem Glitch-Kanal hochkomme. Hast du es auf dem Video gesehen, wenigstens, wo dein Fehler ist? Ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe mich mit dem Rücken zur Wache gedreht und hätte dann, keine Ahnung, ob ich nur die Stange nach oben anvisiert habe, aber es war halt total... Ich weiß auch nicht, wie du bist halt total selbstbewusst so reingegangen. Und vorher haben wir genau den Fehler gesehen und haben dann gesagt, ey, mit dem Rücken darf es gar nicht passieren. Und dann hatte ich irgendwie die Füße ran, hatte deine Hand und plötzlich hat mein Oberkörper sich rumgedreht und du so, nein, nein! Du hast ja dann immer diesen väterlichen Streischton drauf gehabt, Hand über den Knauf, Hand über den Knauf! Und dann war ich so, ey, was hat der denn, was hat der denn? Und dann waren schon die Lungs, die mich dann hochgestoßen haben. Dann stelle ich einfach mit dem Rücken rüberziehen zu lassen, wie Jesus, der von der Menge getragen wird. Ganz langsam über jeden Wirbel, au, 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 au! Ja. Auf dem Video sieht man auch ganz gut, wie ich oben so das greife und das eigentlich schon habe, mich hochziehen will und dann rutsche ich halt einmal mit der rechten Hand. Hast du eigentlich viel Material wegschneiden müssen? Ja, 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 total. Ich meine, war es irgendwie viel noch lustige, spannende Sachen da? Ja, das würde ein bisschen was rausnehmen, oder? Nee, das sind schon nicht, also, nein, ich habe schon immer die Highlights aus den einzelnen Videos genommen. Okay. Also da ist jetzt nichts, was groß verloren ist, halt oft einfach nur so, ja, wir laufen ein bisschen weiter durch den See. Weil wir haben zum Beispiel nicht einmal gesehen, dass wir, ah! Das habe ich auch nicht drauf gehabt, weil ich die Kamera meistens… Nicht einmal, okay. Also einmal ist es drauf, so halb, wo ist denn das nach einem der ersten Hindernisse, aber weil ich die Kamera einfach sofort, nachdem wir im Hindernis durch sind, ausmache. Ja, ja, spannend. Also, ja, ja, total. Also, wie gesagt, der Akku ist halt genauso alt wie die Kamera und das sind inzwischen fünf Jahre. Dafür ist es ganz gut. Ich muss auch sagen, dafür sieht es halt auch echt extrem gut noch aus. Ja. Also, für diese kleine GoPro, wie viel, also wie viel Detail im Himmel ist und in den Gesichtern. Und ich meine, es hat halt diesen super weitwinkeligen GoPro-Look, aber es ist immer noch ein sehr schönes, detailreiches Bild, wo du halt, also man muss halt einen Filter raufschmeißen. Man sieht es ja oft so bei den Leuten, die das GoPro-Material einfach so raufladen. Dann sieht es halt immer so ein bisschen grau und verwaschen aus. Aber wenn du da halt irgendwie einen entsprechenden Filter raufsetzt, ist es halt echt, ich bin halt jedes Mal ein bisschen beeindruckt, weil sonst benutze ich die halt nicht, außer bei den Läufen. Wofür ist halt schon eine sehr spezialisierte Kamera. Ja. Ja. Ja, irgendwie noch irgendwelche Sachen, die wir nicht kennen? Ich habe geschaut, das war jetzt noch ein paar Standard-Dinger noch, so ein paar Teamsportarten und, also ich meine, interessant. Ist Beachvolleyball nicht auch olympisch? Ja. Das zum Beispiel habe ich damals als Zivi, als Zivi, doch als Zivi, während meiner Zivi-Zeit geschaut. Das hat auch Spaß gemacht, aber natürlich halt so, als Fun, ne? Ja. So dieses taktische 2-2. Ja, das würden wir aber, glaube ich, noch irgendwie hinkriegen. Also, und uns zumindest ehrbar aus der Affäre ziehen. Ja. Mit der Größe kann ich auch noch ein bisschen was machen. Ja, ich bin, da war ich auch relativ schnell und das kriegen wir schon irgendwie hin. So, wenn wir jetzt mal kurz nur nähern uns der Stunde, nur mal in den Winter schauen, wie wir da abkacken würden. Aber du hast gesagt, es wäre normale Sommer. Eher genau, aber nur mal für den kurzen Gag, weil lange müssen wir nicht drüber diskutieren. Alle Skisachen. Freestyle. Wo du so ein bisschen durch den Tiefschnee fährst. Ski-Alpin, also normaler. Diese ganzen Downhill oder. Also Ski-Alpin würde ich, sage ich jetzt theoretisch, würde ich noch schaffen, aber das wäre genauso wie beim Klettern bei mir. Das hat normales Skifahren. Also Down. Ja. Aber das Problem ist ja die Schwierigkeit der Strecken. Ja, und du hast ja teilweise halt auch einfach so eine Geschwindigkeit drauf. Ja, eben. Dass du dann nicht sagst, das schaffe ich, sondern ich sterbe jetzt mal. Also es ist jetzt nicht von den Verletzten, sondern da sterben wir halt auch. Genau wie es beim Klettern wäre, also beim Bouldern oder beim Lead Climbing. Lead Climbing? Es ist das mit Vorstieg, wo du dich einhakst. Okay. Das an sich wäre das nicht so das Problem. Auch das Einhaken, glaube ich, würde ich schon irgendwie hinkriegen. Aber halt an der Schwierigkeit der Strecken. Das ist halt das Problem. Also wenn ich halt bei den Boulder Competitions, die sehe, wie die Steine gesetzt sind, um Himmels Willen, wo die Leute halt in drei Meter so einen kompletten Flag rausmachen müssen. Ein Flag ist? Also sich einmal halt so. Ach so, die Flagge als Calisthenics Moves wird auch da so genannt. Und das halt nicht an einem netten Griff, sondern halt so zwei Flächen, die man so einklemmt zwischen den Händen. Ja, aber wenn ich hier auch, also was ich überhaupt nicht verstehe, dass es noch olympisch ist, wenn es überhaupt noch olympisch ist, diese Buckelpiste. Skiabfahrt und dann Buckelpiste. Also wenn du siehst, was das für eine maximale Belastung in den Knien ist, was da reinschießt immer so. Du denkst, was soll das denn? Ist ja jetzt auch nicht von wegen Stock gegen Kopf olympisch. Also es ist halt so, es ist richtig nach einfach nur Machia Lamaun. Wer hält länger durch? Der Stock oder der Kopf? Heute, ja ich bin direkt. Gegen den Bambusstock aus China. Bisher ungeschlagen. Dann schließen wir aber vielleicht ab mit einer olympischen Wintersportart, die wir glaube ich hinkriegen würden. Curling. Ja, muss ich an Andy Richter denken, als er irgendwie diese Curling-Gruppe da besucht hat und dann diesen Curling-Move macht und dann halt ein Bein, ich glaube vorderrechte Standbein, leicht angeknickt und das linke Hinten so ein bisschen ausgestreckt und der ja so maximal unsportlich ist. Und plötzlich ungewollt, weil er glatt der Boden, geht er mehr und mehr in die Spreizung, als er rutscht. Und dann rutscht und dann irgendwer kommt an, don't you dare to touch me, leave me. Und er liegt und klappt so. Das ist total geil, weil echt das Gefühl, dass gerade irgendwas gerissen bei ihm. Also nicht Schadenbeinheit. Schönes Bild. Ja, ich glaube das ist auch irgendwas, was ganz cool ist, weil es so taktisch ist. Du musst erst mal wissen, wie diese Dinger sich bewegen. Dann hast du diesen geilen Mob. Dann hast du ja immer so einen Gummiüberzug über einen Schuh, dass du halt dann Stand und Rutschen immer hast. Und der, der schiebt, der gibt ja immer auch irgendwie, ich weiß nicht, wie diese Befehle heißen, schrubben, schrubben. Schrubben und nicht schrubben kann man glaube ich schon irgendwie so koordinieren, ohne das Fachjargon zu haben. Aber ich meine, dass du halt dann so merkst, von wegen, dass der das Gefühl hat, ich sehe die Bahn, ich sehe die Geschwindigkeit und der braucht noch ein bisschen, um den jetzt wegzubogen oder der rutscht halt gerade rein, lass ihn oder sowas. Das glaube ich wäre auch echt spaßig, weil du halt dich da vielleicht ein bisschen reinfuchsen kannst. Ich weiß nicht, dass wir damals irgendwann mal im Winter so Bekannte in Bayern besucht haben und die haben halt so eine kleine Curling-Bahn im Garten aufgebaut. Die hatten dann halt das mit Eiswasser dann immer so ein bisschen und das war irgendwie total cool. Das hat voll Spaß gemacht. Das hat auch so ein bisschen wie Buhl, die anderen rausschieben. Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Das wäre ganz cool. Wie viele Leute sind denn in so einem Curling-Team? Ach, vier oder fünf, glaube ich. Okay. Ich hoffe, wir würden hier gegen Bundesländer spielen. Das klingt so ein bisschen nach Stefan Raab. Hat er sowas? Nee, aber so die größten Curler Deutschlands. So eine klassische Stefan-Raab-Show, aber wir curlen aus dem Auto heraus. Und vorne steht hier, um das Eis glatt zu machen und macht Wheelies. Im Auto. Gesponsert von VW. Immer schön an der Lenkradstange am Lenkrad ziehen. Ja. Keine Donuts, sondern tatsächlich Wheelies. Du hast es jetzt nicht verwechselt. Ja, mir ist es jetzt auch gefallen, aber ich bleibe jetzt dabei. Okay, das ist mir die Frage nochmal nach. Er reißt und reißt immer am Lenkrad und kriegt es nicht hoch. Weil er Frontantriebler ist, der Trottel. Mit Motor hinten wäre es kein Problem. Ist auch viel praktischer. Mit Motor hinten, ja. Ja, das stimmt. Hatte ich bei meinem Ford Sierra. Das war im Winter ganz geil. Ja. Wenn ich dann halt irgendwie in die Straße eingebogen bin, also richtig glatte Straße. Ich habe so ein bisschen Gas gegeben und dann stand ich quer. Das war ganz cool. Also wenn du den Dreh raus hattest, wusstest du wie viel Gas, dass du nicht mehr lenken musst. Das war ganz cool. Ich hoffe, ihr habt das jetzt auditiv vernommen, was ich hier visuell vorgemacht habe. Wir können euch ein Diagramm schicken, wenn ihr eine Mail schreibt an. Können wir euch auch einen Fax schicken. Ja, gut. Traum mal. Detective Pikachu sagt auch, dass wir unsere Zeit rum haben. Ja, hat er gesagt. Ich habe gerade nochmal gefragt. Pika, Pika. Oh Gott. Ich sage mal fröhliches Skü-Skü. Ja, add für NüssePod auf Twitter und für Nüsse mit Dirk und Klaus auf allen Podcast-Apps und YouTube. Für Nüsse at gmail.com Abonniert unseren Kanal und die Glocke den Daumen hoch. Verpasst keine neuen Nutrition-Empfehlungen und bereitet euch vor. Denn bald ist Klaus Herr und Meister und da müsst ihr alle ran. Alle. Alle. Komm, jetzt sagen wir nicht, dass es nicht deutlich unterhaltsamer wäre und du dir das ansehen würdest. Wie irgendwelche Laien sich bei den Olympischen Spielen irgendwie durchbolzen. Ja, wäre schon ganz cool, dass die jetzt nicht unter Zwang da stehen. Ja, na ja. Aber andersherum hättest du immer die Möglichkeit, wenn Leute das vorher wissen mit Vorbereitung, dass dann wieder so eine richtig ausgetrainierten Freizeitsportler sind. Ja, genau. Das wäre ein bisschen schade. Du musst halt ein kulturelles Verständnis dafür schaffen, dass es eine Ehre ist, da anzutreten. Du bekommst das gut bezahlt. Ja, oder spontan aus der Menge wählen. Dass halt einfach klingelst so, keine Ahnung. Und die Leute entführst. Genau. Und sagst so, haben sie Zeit und sagst, sie können sich auch was gewinnen. VHS mit Wedding Planner oder sowas. Du bekommst ein gutes Gehalt für die Zeit, die du da bist. Und du bekommst natürlich Prämien für die Medaillen. Wie ein Profiathlet. So. So. Du lockst die Leute. Es ist anreizend. Und du weißt ja, du trittst wahrscheinlich auch nur gegen Trottel an, die keine Ahnung hat, wie man Pferddressur reitet. Ja. Was hast du schon zu verlieren? So. Eventuell halt irgendwie ein bisschen deiner Wirbelsäule, wenn du ein Pferd fällst. Gut, das Pferd war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir mal. Beim Curling. Beim Curling. Wie geil wäre das? Du musst halt Turmspringen und ich muss Curling oder sowas. Es ist ungerecht. Jaja, es ist Klaus. Da steht nicht ungerecht drauf. Äh, gerecht drauf. Ja. Gut, in diesem Sinne. Habt euch wohl. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.